Hallo meine Lieben, ja, ihr könnt es wahrscheinlich selbst nicht glauben, ich kann es nicht glauben, hier bin ich. Es ist bestimmt drei, vier Jahre her, dass ihr mich hier auf dem Kanal gesehen habt und ja, ich lebe noch. Ja, es ist jetzt irgendwie alles komplett Freestyle, also ich habe mir nicht überlegt, was ich sagen möchte. Ich habe mir nichts, gar nichts irgendwie gedacht. Ich hatte einfach Bock, das zu machen. Für alle, die noch da sind, hi. Für alle, die das jetzt gucken, Wahnsinn, dass ihr irgendwie noch am Start seid, weil es kam ja wirklich überhaupt nichts mehr von mir. Ja, warum kam nichts von mir? Ja, ganz ehrlich, ich konnte mich mit YouTube einfach überhaupt nicht mehr identifizieren. Das war einfach nicht mehr mein Ding. Ich bin nicht mehr so Beauty, ich will nicht sagen, nicht mehr Beauty begeistert, weil ich meine, ich bin ein Mädchen. Aber ich brauche nicht mehr jeden Scheiß. Ich renne nicht jeder LE hinterher. Ich muss nicht ständig irgendwas Neues haben, absolut nicht. Wenn ich mal bei DM bin, klar, gucke ich mich da ein bisschen um, aber wenn ich mir was kaufe, dann ist es vielleicht mal ein Überlack oder meine Lidschattenbase kaufe ich mir nach. Oder ja, okay, vielleicht hier und da mal ein Nagellack. Aber alles andere, nee. Nee, ich habe total aussortiert. Ich habe vieles abgegeben, weggegeben und ich meine, ich hatte mal an die 800 Nagellacke. Mittlerweile habe ich vielleicht noch, wenn überhaupt, 20, 25 und irgendwie alles die gleichen Farben. Ja, ich bin es einfach nicht mehr und das möchte ich auch nicht mehr sein. Und irgendwie meinen YouTube-Kanal, den habe ich irgendwie mit Beauty verbunden und das war einfach nicht mehr mein Ding. Aus dem Grund habe ich irgendwie aufgehört. Ich hatte auch ein paar Veränderungen in meinem privaten Leben. Ja, ihr erinnert euch, ich hatte damals meinen langjährigen Freund, mit dem bin ich jetzt schon seit drei, vier Jahren nicht mehr zusammen. Also wirklich relativ zeitgleich mit dem Moment, wo ich aufgehört habe, YouTube zu machen. Aber alles cool, mir geht es gut. Ja, warum bin ich zurück? Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer noch den Acker. Ich möchte weiter Pflanzen-Sachen machen. Also an alle, die jetzt irgendwie gehofft haben, dass es hier weiter mit Beauty geht, muss ich euch leider enttäuschen. Weil, wie gesagt, es ist nicht mehr meine Welt. Ich interessiere mich dafür nicht mehr wirklich. Und, ja, ich weiß nicht, vielleicht folgt ihr mir bei Instagram, da habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich meine, klar, manchmal poste ich dann vielleicht mal meinen Nagellack oder so, aber im Großen und Ganzen hat sich mein Content total geändert. Und, ja, ich bin es halt einfach nicht mehr, versteht ihr? Ja, ich weiß nicht, ich habe lange überlegt, ob ich dann mir einfach einen neuen Kanal bei YouTube mache. Andererseits war mir das ehrlich gesagt dann auch irgendwie ein bisschen zu aufwendig, diese ganzen neuen Einstellungen. Da muss ich wieder alles neu machen und eigentlich habe ich überall schon meinen Kanal verknüpft, ne, mit Abos und weiß ich nicht. Und, nee, habe ich keine Lust gehabt. Ja, ich weiß nicht. Wenn ihr jetzt wirklich gehofft habt, dass jetzt irgendwie weiterhin Beauty-Sachen von mir kommen. Wie gesagt, tut mir leid, wird es nicht geben. Es wird hier, ich denke, größtenteils um Pflanzen-Sachen gehen. Vielleicht mal irgendwie was hier, mal was da. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es absolut noch nicht. Das ist jetzt irgendwie total spontan, wie gesagt. Ich meine, klar, ich habe mir in den letzten Wochen schon irgendwie Gedanken gemacht. Ich hatte da irgendwie auch Bock drauf. Ich hatte sogar mal geguckt nach meiner Kamera, aber leider habe ich das Akkuladegerät für den Akku der Kamera. Oh mein Gott, macht das Sinn? Ich habe das verlegt. Ich kann es nicht mehr finden. Aus dem Grund auch jetzt hier mit meinem Handy. Also, wie gesagt, ist voll Freestyle jetzt, ne. Ich bin hier an einem Sonntag auf meinem Sofa in der Sonne. Es ist wunderschönes Wetter draußen und hatte einfach Lust, mit euch ein bisschen zu quatschen. Ja, so sieht es aus. Ich muss jetzt einmal kurz einen Cut machen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin in der Zwischenzeit auch umgezogen. Ich wohne immer noch in Düsseldorf, aber andere Wohnungen. Ja, ich habe zwar einen Balkon, auf dem Balkon ist aber leider nicht so viel Sonne. Ich habe meinen Acker aber noch und dieses Jahr will ich richtig durchstarten. Ich habe auch schon sehr viel vorgezogen und ich meine, hier, die Fensterbank ist schon voll, wie ihr sehen könnt. Ich werde euch gleich mal ein bisschen genauer zeigen, was ich habe. Ich habe nur ein paar Sachen im Schlafzimmer und ja, ich wollte Pflanzen mit euch besprechen. Ja, ich weiß nicht, es ist jedes Jahr irgendwie das Gleiche. Das neue Jahr beginnt und ich raste aus. Ich raste einfach aus und möchte alles sofort machen, was natürlich bescheuert ist. Ich meine, ein paar Sachen kann man schon... Oh Gott, hoffentlich halte ich das Mikrofon jetzt gerade nicht zu. Ein paar Sachen kann man im Januar machen, vor allem Chili, Aubergine und Paprika und Fusalis. Fusalis, don't forget the fusalis. Aber die anderen Sachen werden ein bisschen später gemacht. Beziehungsweise, ich habe die Tomaten auch schon diesen Monat gemacht und viele Leute werden sagen, bist du bescheuert, viel zu früh, aber ich mache das seit Jahren irgendwie so und für mich klappt das. Und dann sind die Pflanzen schon groß genug für mich, wenn ich die im Mai nach den Eisheiligen irgendwie auf den Acker mache und dann können die auch gut durchstarten. Ja, ich habe viele neue Sachen im Sortiment, vor allem Tomaten- und Chilisorten. Ich bin dieses Jahr komplett ausgerastet. Ich habe hier gestern eine kleine Liste angefertigt. Moment, ich kann sie euch mal zeigen. Mit allen Sachen, die ich jetzt irgendwie gesät habe, beziehungsweise die schon das Licht erblickt haben. Das ist meine Liste. Ich meine, es sind 20 Tomatensorten. Es ist der Wahnsinn. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, woher mit den ganzen Pflanzen. Aber manchmal kommst du dann in so einen Flow und rastest einfach aus. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir nicht so, mir geht es so. Darum habe ich jetzt einfach 52 Tomatenpflanzen. Ja, ihr habt richtig gehört, 52. Wo die hin sollen, absolut keine Ahnung. Ich meine, klar, ich gebe ein paar an Freunde ab. Ein paar, ja, ich weiß nicht. Ich sehe, wie viel möchtest du haben. Wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so viel, wie ich abgeben muss. Ich habe überlegt, den Rest irgendwie einfach auf dem Acker, an den Wasserwagen zu stellen. Und so, wie sagt man, für die anderen Leute, die eben da hinzustellen. Und mit den Chilis, ja, ich weiß nicht, es sind auch sehr viele. Aber vielleicht kriegt die sogar unter. Oder vielleicht eben so ein bisschen was draußen auspflanzen. Also da stehe ich auch total drauf. Wobei bei Tomaten weiß ich jetzt nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Ja, eher sowas wie Zucchini oder so, wäre vielleicht ganz cool. Ja, wie gesagt, 52 Tomaten. Bekloppt ohne Ende. Ich habe ganz viele neue Sorten dabei. Ich habe bei verschiedensten Anbietern bestellt. Ich habe bei Samentritze bestellt. Absolut tolle Seite übrigens. Ich habe bei Deaflora bestellt. Oh mein Gott, Deaflora ist der Wahnsinn. Also wirklich, wenn ihr Interesse an besonderen Sachen habt, geht zu Deaflora. Die haben ganz, ganz tolle Sachen. Ich habe viel bei Amazon bestellt. Ich habe viel bei Ebay bestellt. Und im Endeffekt habe ich immer noch Sachen bestellt, die noch nicht da sind. Und ich denke mir, scheiße, Entschuldigung. Aber ganz ehrlich, bevor ich gestern diese Liste gemacht habe, war mir nicht bewusst, wie bekloppt ich bin. Versteht ihr? Ich meine 52 Tomatensorten. Ich meine, wohin? Wohin? Die, die jetzt noch kommen, sind so toll. Und ich möchte sie unbedingt machen. Aber es macht eigentlich absolut keinen Sinn. Mal gucken, ob ich mich beherrschen kann und sie einfach gut sein lassen kann bis nächstes Jahr. Weil, wie gesagt, es macht keinen Sinn. Ähm, ja, ich habe wirklich tolle Sachen dabei. Also, ich kann es kaum erwarten. Also, wenn jede Tomate irgendwie hier was wird, werde ich die tollste Tomatenernte des Jahrhunderts haben. Also, für mich zumindest. Ähm, ja, ich wollte jetzt mal einfach mit euch ein bisschen die Pflanzen durchgehen. Äh, darum muss ich nochmal einen Cut machen. Weil, ich bin immer noch am Handy. Wie gesagt, ich habe mein Ladedings verloren. Und ich bin total unvorbereitet. Aber, ja, machen wir einfach mal, ne? Eben, was ich noch eben gesagt haben wollte, war, Ich habe gestern alles in Blumenerde umgetopft. Beziehungsweise, Hälfte Blumenerde, ne, nicht mal Hälfte. Vielleicht Verhältnis 80-20 Blumenerde und Kokoserde. Ähm, ich bin gespannt, ob die jetzt durch die Decke gehen oder wie das hier alles ablaufen wird. So, hier sind ein paar Sachen, die sind noch nicht gekeimt. Ähm, dann haben wir hier die Mini White Aubergine. Ich habe gedacht, ich hätte zu wenig Aubergine. Im Endeffekt habe ich jetzt einfach viel zu viele. Dann Himbeerose Tomaten. Das sind zwei so Topftomaten. Total schönen. Ähm, dann kommen wir hier hin. Da haben wir nochmal Racha White. Das ist auch eine weiße Aubergine. Wie gesagt, viel zu viele. Ein paar Basilikum-Dinger. Dann habe ich hier das Hippie Zebra Tomaten. Das müsste Clay Shale Zebra sein, ja. Und, äh, Yellow Ruffer. Und das hier vorne ist noch Salbei. So, kommen wir zum nächsten. Äh, hier die Topftomate Mini Bell. Und zweimal, ähm, ja. Ich wollte versuchen, dieses Jahr irgendwie auch was auf dem Balkon zu machen, auch wenn da keine Sonne ist. Ich probiere das einfach. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Rotonda Bianca Chili. Nicht Chili. Baumaschine. Total schön. Ziemlich groß. Und dann so weiß und lila. Wundervoll. Raw Witch. Das ist, äh, auch bekannt als Birth Eye Chili. Thai Chili. Ähm. Ähm, ja, da habe ich das Saatgut selbst gesammelt, ähm, aus, aus dem Supermarkt. Da gibt es manchmal bei Rewe so ein, äh, Set mit Habanero und der. Und Jalapeño. Jalapeño habe ich hier noch. Bishops Crown. Die sieht ganz, ganz komisch aus. Weiß ich nicht, ob das was wird. Scotch Barnet, meine absolute Lieblings Chili, ähm, Mystery. Da habe ich auch mal Samen aus dem Supermarkt gehabt. Keine Ahnung, was es wird. Äh, wahrscheinlich eine Paprika. Und nochmal eine Aubergine. Hier geht es weiter mit, äh, verschiedenen Tomaten, Reisetomate, Dark Galaxy. Dann habe ich hier ein paar Auberginen. Da steht Mix. Das war einfach so ein gemischtes Samenpäckchen von Manufaktum. Eine Fairytale. Leider finde ich nirgends mehr Samen dazu. Wenn jemand eine Idee hat, bitte, gib mir Input. Weil, da wo ich sie bestellt habe, bei Jungle Seed in England, da gibt es die leider nicht mehr. Cherry Bomb. Jedes Jahr im Programm, weil toll. Dann meine Mini Physalis. Pretty in Purple nochmal. Rotunda Bianca nochmal. Dann geht es hier weiter. Mystery. Eine Chili Mystery. Weil mir einmal ein Teil mit Samen runtergefallen ist und ich da nicht mehr wusste, was was ist. Nochmal eine Cherry Bomb. Noch eine Physalis. Scotch Bonnet. Bishop's Crown. New Max Color. Pretty in Purple. Dann hier noch ein paar Raw Whits und Jalapenos. Von denen, wie ich es selbst gesammelt habe. Noch eine Mystery. Eine Honigtomate habe ich hier. Zlatava Tomate. Mehr Scotch Bonnet. Eine Lemon Drop. Dann habe ich hier noch mehr Honigtomaten. Habanero Orange. Zwei Stück. Dann bei Paprika habe ich Sweet Chocolate. Und irgendwo noch ein Liebesapfel. Aber die muss wahrscheinlich drüben sein. Irgendwie im anderen Zimmer. Dann habe ich hier Kaffee und Baumwolle ausgesät. Die Baumwolle kommt. Der Kaffee noch nicht. Und dann. Ach, die Kameraführung. Habt ihr es vermisst? Hier habe ich Mohn. Ja. Werden wir mal gucken. Weil eigentlich soll der ja ganz blöd zum Umtopfen sein. Aber ich probiere es einfach mal. Ja, wie ihr seht, da war davor was anderes drin. So, das war Nummer 1. Wir gehen jetzt in mein Schlafzimmer. Weil da habe ich den Rest der Sorten. Ach nee, ich habe hier noch was zu zeigen. Einmal in meiner Küche. Ja. Ich habe hier ein paar Bohnen. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich darüber wundern. Aber es sind Bohnen, wo ich nicht weiß, ob es Stangenbohnen oder Buschbohnen sind. Darum, wir warten es einfach mal ab. Das ist ein kleiner Test einfach nur, damit ich dann im Sommer weiß, worauf ich mich einstellen muss. So, wir sind im Schlafzimmer. Weiter geht's. Hier nochmal eine Paprika. Terrence Tender. Eine Microtom. Das sind halt diese Mini-Tomaten. Ja, da hatte ich einfach Bock drauf. Purple Smaragd. Einen, nochmal eine weiße Aubergine. Wie gesagt, ich habe viel zu viele. Ampeltomate Mini-Gold. Hier nochmal, nochmal eine weiße Chili. Nicht Chili, Aubergine. Warum bringe ich die durcheinander? Na, dann die hier sind beides Multiflora-Tomaten. Einmal Ildi und einmal Rose Quartz. Ildi ist gelb. Rose Quartz wird so pink-rot. Auf die bin ich auf jeden Fall total gespannt. Noch mehr Tomaten. Ananas-Tomate. Nochmal Rose Quartz. Kleeblatt von Togo. Orange Russian Heart. Striped Coven. Das sind nochmal die gleichen. Nochmal eine Reisetomate. Und dann Okra. Ja, meine Lieben. Ich versuche dies hier mal was Neues. Und zwar Okra. Das hier ist die Sorte Clemson Spineless. Die habe ich vorgekeimt in einem Ceva. Und als dann die Würzeln kamen, habe ich die hier reingepackt. Ja, das ist die Sorte. Und dann gehen wir mal da rüber. Das ist meine zweite Sorte. Und das ist die Red Burgundy. Das ist eben eine rote Sorte Okra. Und die sieht so aus. Man sieht da auch schon den Unterschied, ne? Wenn ich die jetzt mal nebeneinander halte. Da ist schon das Rot ein bisschen zu erkennen. Also die Pflanzen sind wunderschön. Und dann habe ich hier noch ein paar Sachen. Am Ende. Ganz vorsichtig umdrehen. Hillbilly Tomate. Venusbrüstchen. Dann zwei Block Paprika in gelb. Eine Pingtong Long Aubergine. Fuzzy Wuzzy. Was bist du? Auch eine Fuzzy Wuzzy. Eine Liebesapfel Paprika. Paprika. Zwei Bratpaprika. Und nochmal eine Pingtong Long. Ja. Wir haben es geschafft. Unfassbar. Ja, meine Lieben. Und dann sind wir auch durch mit meinen Pflanzen. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Verlasst mich nicht. Nein, ist okay. Ich meine, wenn ihr da kein Interesse dran habt, ich kann das absolut verstehen. Es gibt manche Sachen, da habe ich auch kein Interesse dran. Und auch bei Instagram allein, ne? Wenn dann nur noch Sachen von einer Sache gepostet werden, an der ich kein Interesse habe, dann... Entschuldigung, muss ich dir leider entfolgen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja zwei verschiedene Instagram-Profile. Einmal mein ganz normales Anna-Simona-Profil. Und dann Balkonien-Ackerliebe. Und da poste ich mir meine Pflanzensachen. Ich habe was vergessen. Hier oben habe ich nämlich noch was. Da. Da könnt ihr sehen. Zwei, äh... Zweimal borrt schon eine kleine Bohne. Ja. Okay. Soweit, so gut. Schön, dass ihr euch das angeschaut habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss.